und Diana Schröder. Zählen Sie mit, liebe Zuschauer. Vier Elemente, attraktivste Balken-Angangsverbindung, vorgeführt von Maja Christova. Das war Weltspitze. Sicher vorgetragen, denn sonst ist diese schwierige Akrobatik nichts wert im internationalen Turngeschehen. Der Balken ist oftmals der Scharfrichter. Und man muss wissen, dass diese Mädchen-Balken-Training seit frühester Jugend, mit fünf, sechs Jahren beginnen, auf vorgezeichneten Linien am Boden, dann auf Turmbänken, auf kleinen, niedrigen Balken, um dann auf dem Wettkampfgerät mit solchen Schwierigkeiten zu brillieren, die man eigentlich mit normalem Verstand fast nicht fassen kann, wie hier diese Verbindung rundert, gefolgt von zwei gespreizten Flickflacks. Und es bleibt dabei. Der Balken ist zehn Zentimeter breit. Im Gegensatz zu früheren Jahren längst mit Leder abgepolstert, aber hart genug. Achtung! Rundert und Doppelseite und da passiert's. Da verpasst sie doch noch eine höhere Wertung. Schade drum. 9,425, sie fällt vom dritten.